Äh, welche Karte? Ich, äh, würde Mom doch nie eine langweilige alte Karte schenken. Du kriegst was ganz Besonderes. Wie von Sarah und Dad, genauso schon. Äh, was ganz Besonderes. Äh, nur, äh, äh... Ich muss jetzt aber langsam aufs Boot, Schatz. Wie viele Schiffe von Sie, wie ich von allein? Ich muss auch ganz schnell los, Mom. Ich muss dir ja ein ganz besonderes Geschenk bringen. Oh, ich bin ja sehr mit mir und nicht immer. Ah, aber... Was kann ich noch ein bisschen? Ah, aber... Ich bin ja nicht so gut im Wasser, wie der Dutzelmann. Oh, sie haben einen Challenge. Verzeihung, was ist der Demonstil? Äh, was ist das? Oh, mein Metalldetektor. Damit tue ich im Boden nach wertvollen Münzen. Sagten Sie gerade, wir können Münzen? Ja, irgendwo im Potipendi wartet ein Schatz. Ich bin seit langer Zeit darauf gebaut.